Musik Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Tag Review diesmal mit Transformers Robots in the Skies Transformers Grimlock Grimlock ist eine supergeile Figur wenn diese Figur auch einen kleinen Fehler aufweist muss ich ganz ehrlich sagen gegenüber der Serie der Fehler liegt hier in der Zuordnung des Logos denn wir haben hier einmal quasi das Autobot Fraktionslogo drauf und das ist eigentlich falsch in der Serie hat ein Decepticon Logo was für Grimlock ziemlich merkwürdig ist liegt aber daran weil er eigentlich ein Schwerverbrecher in der Serie ist der quasi gerne mal Schabernack treibt und dann einfach von den Autobots festgenommen wird und vor die Wahl gestellt wird entweder kämpfst du für uns oder wir sperren dich in die Kryokammer ziemlich cool auf jeden Fall ja die Figur ist hier in der Hero Variante was unseren Generations Deluxe Figuren quasi gleich kommt ausnahmsweise mal nicht in der Voyager Größe und mir gefällt die Figur sehr gut ich würde mich freuen wenn hier natürlich eine Voyager Größenfigur natürlich auch noch rauskommt mit einer etwas komplexeren Verwandlung ja die Figur wie gesagt ist ziemlich cool gestaltet bevor wir auf die Figur eingehen zeige ich euch natürlich wie immer die Packung die Figur wird in dieser Blisterbox geliefert und wir sehen einmal ganz groß hier vorne Grimlock den Namen, das Logo typisches Generations 4 Design finde ich aber trotzdem nicht schlecht oben das Logo von Rebels in Disguise das Artwork von Grimlock ansonsten an der Seite nochmal das Artwork ganz groß auf der anderen Seite nichts unten drunter halt den kleinen Produktkatalog mit allen Varianten also das heißt allen drei weiteren Figuren und hinten drauf sehen wir halt quasi die zehn verschiedenen Steps um ihn zu verwandeln weniger ist wie gesagt manchmal mehr ansonsten sehen wir hier Grimlock im Roboter Modus im Dino Modus und er hat hier einen kleinen Hebel wenn er nach vorne dreht dann öffnet er seinen Kiefer ansonsten haben wir hier dann quasi nochmal die Anleitung Download App Scanless Codes und spielen was ich sehr interessant finde ist dass bei jeder Figur hier unten von der jeweiligen Figur auch der Kopf abgebildet ist und die Waffe was ich hier sehr schade finde ist Grimlock hat hier einen Hammer abgebildet aber bei der Figur selbst ist keine Waffe dabei finde ich sehr schade finde ich sehr schade ein Hammer wäre jetzt wirklich hier perfekt gewesen da eigentlich alle Figuren mit Waffen ausgestattet sind ja Grimlock nicht ich weiß nicht ob es ein Produktionsfehler ist dass der einfach rausgelassen wurde oder wie auch immer ansonsten Steeljaw wird mit Clown geliefert Bumblebee mit dem Schwert und Longarm mit einer Laserkanone nur Grimlock nicht sehr schade ansonsten wie gesagt geile Figur kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur an sich die Figur hat kein Balljoint gegenüber den anderen Figuren ich versuche gerade mal das Licht anders zu positionieren so hat blaue Augen ein bronzefarbenes Gesicht und eigentlich ein sehr interessantes Hellscope gefällt mir auf jeden Fall und ansonsten kann er nur den Kopf nach links oder rechts drehen aber leider nicht auf einem Balljoint dass man ihn jetzt nach oben oder nach unten richtig winkeln kann nur so ein Mini-Mini-Mini-Gelenk das war's und ja das war's eigentlich soweit von den Armen her man kann die Arme komplett an den Schultern um 360 Grad drehen an der Seite so ein bisschen nach außen und nach innen winkeln die Schultern ja sind schlicht gehalten gefällt mir trotzdem hier mit so kleinen Düsen oder Einschubsdüsen wie auch immer die Ellenbogen lassen sich drehen und die Hand lässt sich nur leicht nach innen winkeln wie eine Transformation aber das war's dann auch schon ja der Torso ist hier bei dieser Figur fest das heißt kein Hüftgelenk und ansonsten ganz normales Gelenk halt im Oberschenkel die Knie lassen sich nicht ganz im 90 Grad Winkel anwinkeln eher so im ja 70 Grad Winkel in etwa und ansonsten haben wir hier ausgehüllte Füße die hier mit dem Schwanz quasi gefüllt werden und hier quasi einer angedeutet wurde finde ich allerdings für das passende Design so schöner wenn alles auch simultan aussieht ansonsten hinten ist der Kopf von Grimlock und die Arme des T-Racks sind quasi hinten auf dem Rücken das heißt sie sind hier zu sehen man kann sie aber auch alternativ nach vorne winkeln das sieht aus als wenn das seine richtigen Hände wären auch vom Größenverhältnis und er hier nochmal zusätzliche Hände quasi hat kann alles machen wie man möchte ich habe jetzt die Serie noch nicht gesehen ich denke mal vielleicht ist das sogar eine Möglichkeit von ihm dass er wirklich seine Hände zeigt ja ansonsten kommen wir jetzt auch einfach mal zur Transformation Transformation ist ziemlich simpel macht aber ordentlich was her zum einen splitten wir hier oben die Arme von dem Oberkörper ab so das gleiche hier geht ein wenig schwerer aber nicht entmutigen lassen liegt an diesen kleinen Stiften die hier vorne drin sind sind ein bisschen lang geraten so dann dreht ihr hier vorne die Arme schon mal nach vorne vom T-Racks dann dreht ihr hier die Roboterarme beziehungsweise T-Racks Beine nach außen sieht schon mal ziemlich lustig aus als wenn er hier wirklich seine richtigen Hände hätte die er quasi benutzen kann und hier wie so eine Art Doc-Doc-Typus-Hände so zusätzliche so anschließend dreht ihr schon mal den T-Racks Kopf nach oben nehmt jetzt hier die Beine dreht die die Füße nach oben so dreht die Beine ein bisschen auseinander nehmt jetzt hier bei dem Bein den T-Racks Schwanz nach außen dann verbindet ihr die Beine miteinander jetzt guckt natürlich hier noch die Roboterbeine raus das ist eine sehr ausgeklügelte Technik muss ich sagen hier einfach jetzt die herausziehen an der Seite und nach vorne winkeln so dann einmal hier verbinden so dann miteinander verbinden wie gesagt das klappt nur irgendwie gerade nicht so das haben wir gleich die verbinden die verbinden und so jetzt den Schwanz einfach so nach unten drücken dass dieser kleine schwarze Stift hier quasi außen ist dann könnt ihr es auch hier miteinander verbinden greift das auch perfekt ineinander und wenn das jetzt so quasi schon gewinkelt ist einfach nur die Beine nach unten drehen und hier hinten einrasten das heißt hier unten habt ihr diesen kleinen Pin dort den quasi hier vor das Bein schieben so das gleiche hier noch einmal lassen die T-Rex einmal nach unten winkeln so und den Pin jetzt einfach vor die Beine schieben so dass das quasi so aussieht jetzt habt ihr quasi schon fast Grimlock fertig jetzt drückt ihr den Kopf noch runter in die richtige Position die Beine dreht ihr jetzt einmal komplett herum hier ebenso dass die Hände quasi die Robert Hände nach außen sind und die winkelt ihr jetzt einfach nach innen in die Arme rein das gleiche hier so und schon haben wir quasi die Beine von Grimlock fertig das eins was mich ein bisschen in dieser Figur verwundert sind die Gelenke er hat hier drinnen äh kleine Zahnräder und ihr hört es auch selbst nach innen winkeln geht es ganz einfach aber nach außen geht es deutlich schwerer ja das ist jetzt soweit Grimlock wie er in seinem T-Rex Modus fertig ist und mir gefällt die Figur auf jeden Fall enorm wie gesagt ich hätte gerne ein ähm eine Voyager Größenfigur mal schauen ob hier Hasbro eventuell noch was im Lauf des Jahres rausbringt das Jahr ist ja noch jung ansonsten ist hier oben der Hebel wenn ihr nach vorne klappt dann seht ihr selbst öffnet ihr den Kiefer und ich muss sagen das mit den Zähnen ist extrem gut gelungen nicht so wie damals äh was ein ähnliches Head Design war vom Animated Grimlock hier ist es auf jeden Fall deutlich besser und es sieht sogar geil aus ja das ist jetzt quasi Grimlock wie er leibt und lebt in der äh Deluxe Class Größe ihr seht hier nochmal im Verhältnis und ja Grimlock liegt es natürlich klassischerweise überall mal drauf zu hauen äh er hat aber auch eine kleine Spezialattacke ähm dass er sich einfach auf den Gegner schmeißt und wegen seinem Gewicht kann der Gegner meistens nichts machen und so setzt er ihn fest ja ich würde dieser Figur jetzt ähm 9 von 10 Punkten geben auf jeden Fall super geile Figuren der Größe gefällt mir mit einer sogar meiner Lieblingsfiguren super Design auch die Farbwahl ist mal was ganz was Neues äh grün-schwarz passt Grimlock extrem gut und ja ich würde gerne mehr davon sehen ähm hoffe mal dass da noch einiges rauskommt und äh ja ich hab noch den Flipp'n'Change den großen den werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen aber dazu später mehr ich würde mich freuen wenn ihr einfach ähm Kommentare mir hinterlasst und äh mich abonnieren würdet beziehungsweise weiterempfehlen würdet verlinken würdet wie auch immer wir sehen uns das nächste Mal bis dahin ich wünsche euch was euer Rex4